Norddeutscher Rundfunk 2021 Pijama-Helden 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 Catboy gegen Robo-Cat Ja! Superscheren-Sprung! Ja! Und jetzt Wirbelwirbel! Ringe Ringrad! Super gemacht, Team! Und jetzt alle zusammen! Los! Yay! Ja! Wow! Woop! Oh! Den hast du aber richtig gut geworfen! Voll in meinen Garten! Da ist er! Hä? Leute! Warum versteckt ihr euch? Das ist nicht lustig! Greg und Amaya würden die nicht einfach liegen lassen! Was ist das? Eine Platine? Da steckt Romeo dahinter! Das ist ein Fall für die Pijama-Helden! Na ja, zumindest für einen von uns! Pijama-Helden PJ Maske jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht bin ich ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Conor wird zu... Catboy! 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 Der PJ Mask! Okay, PJ Hauptrechner! Was ist das? Aus einem Roboter? Ich wusste, das war Romeo! Keine Angst, Greg und Amaya! Catboy kommt, um euch zu retten! Katzenrohr! Wo ist es? Ich muss es irgendwo verloren haben! Hab ich dich! Ich hatte sie sicher in meiner Tasche! Romeo, was hast du mit meinen Freunden angestellt? Die sind hier! Aber sie arbeiten jetzt für mich! Was? Eulett! Gecko! Haut ab von Romeo! Abgelehnt! Wir befolgen nur noch Anweisungen von Romeo! Das ist irgendwie seltsam hier! Hähne! Hier gibt's nichts zu sehen! Oh, wirklich? Dann werfen wir etwas Licht auf dieses Rätsel! Tellball-Attacke! Oh! Was? Wow! Greg! Amaya! Sie haben uns geschnappt, als wir draußen gespielt haben! Es war babyleicht ohne ihre Superkräfte! Aber wenn ihr in den Käfigen seid, wer sind dann die da? Halt dich von ihnen fern, Catboy! Moment! Der Hauptrechner sagte was von Robotern! Das sind gar nicht Gecko und Eulett! Nein! Aber du hast gedacht, sie sind's! Obwohl's meine unglaublichen Roboter-Kopien sind! Du wärst jetzt auch eine, wenn ich meine Platine nicht verloren hätte! Ach, eine Platine? Meinst du die? Meine Platine! Sei dir nicht so sicher, Mieze-Kätzchen! Bald sorgen meine Robos dafür, dass du auch in einen Käfig gesperrt wirst! Dann regiere ich die Welt und ihr könnt mich nie mehr aufhalten! Catboy, befreie uns! Dann können wir dir helfen! Nicht ohne eure Kräfte! Keine Sorge! Ich hole eure Pyjamas! Suchst du die hier, Katzenklo-Bubi? Oh! Ja! Eure Pyjamas gehören mir! Und du jetzt auch! Wow! Diese Roboter haben die gleichen Kräfte wie Eulette und Gecko? Oh nein! Viel bessere! Sieh dir das an! Wow! Extra-Kräfte? Das ist unfair! Ich hab dich gewarnt! Es hat Jahre gedauert, um den Computer für die Superkräfte zu bauen! Aber jetzt sind meine Roboter unaufhaltbar und ich auch! Mein Schwanz ist eingefroren! Eine kurzzeitige Wirkung! Gerade lang genug, um dich in einen Käfig zu sperren! Du bist dran, Robo-Gecko! Wow! Robos! Schnappt ihn und bringt mir die Platine zurück! Hä? Ich spüre meinen Schwanz wieder! Autopilot! Das macht richtig Spaß! Hinterher! Keine Zeit fürs Spielchen! Ja! Haha! Hä? Hey! Aus dem Weg! Ich seh nichts! Katzenflitzer! Ja! Hä? Zwei gegen ein! Das ist kinderleicht für einen Helden wie mich! Wow! Oh oh! Oh! Wow! Ah! Haltet durch, Greg und Amaya! Der unglaubliche Catboy kommt und holt euch zurück! Super Katzentempo! Bestimmt ist Catboy schon auf dem Weg hierher, um seine Freunde zu retten. Seid also wachsam. Schau, sie haben den Katzenfritzer gestohlen. Was haben sie ihm angetan? Wir durften ihm nicht helfen. Aber wir können, auch ohne Superkräfte. Nicht, wenn wir eingesperrt sind. Gib mir deine Haarspange, ich schraube den Käfig auf. Wir zerlegen ihn. Leute, was macht ihr da? Ich schraube ihn auf, damit wir raus können. Versucht nicht zu flüchten. Ohne eure Kräfte ist es hier oben sicherer. Wir haben es fast geschafft. Nur noch eine Schraube. Und wir brauchen dafür keine Superkräfte. Nein, wartet. Erst hole ich eure Pyjamas zurück. Catboy, schnapp ihn, Robo-Eule. Catboy, sie haben uns erwischt. Keine Sorge, ich locke die Roboter weg von euch. Super Katzenfritzer. Aber ich habe immer noch die hier. Oh, er hat die Supergecko-Tarnung verwendet. Aha, ich dachte, sie sei verloren. So nett von dir, genau das zu finden, was ich brauche, Catboy. Nachdem ich das fehlende Stück habe, aktiviere ich meine Robo-Cat. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Die Pyjama-Helden sind am Ende. Am Ende. Ich muss etwas unternehmen. Wow, 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 wow. Ja. Toll gemacht, Catboy. Lass uns raus, dann können wir dir helfen. Ihr braucht eure Kräfte. Ich hole eure Pyjamas. Sobald ich diesen Knopf drücke, wird mein Robo startklar. Nicht so schnell, Romeo. Hi-ja. Was? Komm nur her, Pyjama-Ablagegeist. Wow. Ha, 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 ha. Was habe ich getan? Robo-Cat, alles dank meines Supercomputers. Oje, drei Roboter. Robo-Cat, sperr das Mieze-Kätzchen ein. Wow. Oh, die heizte Katastrophe. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Oh. Ah. Nein. Craig und Amaya, allzeit bereit. Was? Hä? Meine perfekten Roboter. Wie konnten sich die Pyjama-Ablagegeister befreien? Toll, was man mit einer Haarspange alles machen kann. Ihr seid echt unglaublich. Auch ohne eure Kräfte. Danke. Kein Problem. Du hattest recht. Ich hätte euch schon vorhin holen sollen. Ah, schnapp. Die Roboter. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Und jetzt dürft ihr beide mithelfen. Super Katzen-Tempo. Boom. Helft mir, Romeo zu besiegen. Das macht noch mehr Spaß, wenn ihr Superhelden seid. Amaya wird zu. Eulett. Greg wird zu. Deku. Die PJ Masks. Wir müssen an Romyos Supercomputer. Wenn wir den stoppen, stoppen wir damit die Roboter. Na dann los. Geh und hilf den anderen Robotern, Robofat. Nein. Wer ist jetzt der echte Gekko und die echte Eulett? Ich bin die echte Eulett. Ich bin der echte Gekko. Ich bin's. Nein, ich bin es. Was nun, Katzenklo-Bobi? Du kannst sie nicht mal unterscheiden. Deine Roboter haben vielleicht Superkräfte, aber sie sind keine Freunde, wie wir es sind. Eulett. Gekko. Fangt. Yay. Ringe Ringrad. Und jetzt Wirbelwirbel. Ha? Siehst du, Romeo? Ich weiß, wer meine Freunde sind. Bereit für den Spezial-Trick? Ja. Ja. Haltet sie auf. Egal, was sie tun, haltet sie auf. Yay. Ja. Wow. Wups. Catboy. Zeit, deine schlechten Kopien wieder schlafen zu legen, Romeo. Braah. Wow. Nein, mein Supercomputer. Ihr habt mein Lebenswerk zerstört. Nächstes Mal werdet ihr dafür wüten. PJ Masks. Aber das wird nicht allzu bald sein, nachdem sein Supercomputer zerstört ist. Nett von Romeo, Statuen von uns nachzubauen. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist's jetzt mit der Gefahr. Was? Sie sind schon wieder verschwunden? Leute? Haha, ja, sehr witzig. Also, wenn du tagsüber dein Katzentepot drauf hättest, würdest du Dinge etwas schneller finden. Ja, und wenn Gekko seine Tarnung hätte, müsste er sich nicht verstecken. Mit oder ohne Superkräfte, wir sind ein tolles Team. PJ Masks und los! Eulett und die Verschenkeule. Ich kann's kaum erwarten, was Amaya am Bring- und Zeigetag dabei hat. Ja, das ist sicher wieder ganz was Tolles. Wie immer eben. Erinnert ihr euch noch an die Statue meiner Tante, meine Verschenkeule? Aber wollte sie nicht, dass du sie verschenkst, weil du dich dann gut fühlen wirst? Deswegen heißt sie doch Verschenkeule, oder? Aber ich will sie nicht verschenken. Fühlt sich gut an, sie zu behalten. Na ja, wenn du meinst. Also ist es eine Behalte-Eule? Ich stelle meine Statue zu all den anderen Bring- und Zeigesachen. Es kann doch nicht sein, dass alle Sachen weg sind. Weg? Wir haben gestern unsere Bring- und Zeigesachen hier gelassen. Aber jetzt sind sie weg. Verschwunden oder geklaut? PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu. Oilette! Greg wird zu. Gekko! Connor wird zu. Catboy! E-P-J-Mask! Es geht nicht, dass ein Nachtschurker einfach alle Sachen klaut. Ja, wenn es nichts zu zeigen gibt, ist es kein Bring- und Zeigetag. Dann ist es nur nichts. Also holen wir alles zurück. Zum Eulengleiter! Katzenohr! 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 Da ist sie! Ihh, ein Mietzekuscheltier? Was ist das für ein Schrott? Was hat sie gegen Katzen? Ihr Motten seid nutzlos. Nichts, was ihr findet, ist gut genug für mein Mondlager. Mondlager? Ich hab euch doch gesagt, ich will nur die schönsten und tollsten Sachen. Dann muss ich es wohl selbst machen. Mondbart! Schnell, PJ Masks, hinterher! Wo ist sie? Sie sucht wohl was Besseres als eine Kuschelkatze. Hey, ich mag diese Katze. Wo würde sie denn die schönsten Dinge finden können? Eulenaugen! Flatterne Federn! Sie ist bei mir zu Hause! Oh nein! Meine Verschenkeule! Diese Mondstatue ist perfekt. Warum habt ihr mir die nicht mitgebracht? Wenn sie mir gehört, dann bringe ich all den anderen Schrott wieder zurück. Hörst du das? Sie würde alles andere zurückbringen, wenn sie die Verschenkeule hätte. Cooles Chamäleon! Du solltest sie ja sowieso verschenken. Ja, wenn du sie Lunar Girl schenkst, wirst du dich auch noch gut fühlen. Ist doch genial! Die ist genau das Richtige für mein neues Mondlager. Sie ist fantastisch! Sie ist wunderschön! Sie ist meine! Was? Also ist sie doch eine Behalteeule. Ach! Allein dafür behalte ich alles, was ich schon geklaut habe. Und klau noch viel mehr! Das habt ihr davon! Dafür habe ich meine Eule! Hurra! Aber wir müssen Lunar Girl aufhalten! Das werden wir! Kein Problem! Wo immer Lunar Girl hingeht, die PJ Masks werden ihr folgen! Da ist sie! Sie ist unterwegs in Richtung Museums! PJ Masks, los geht's! Gar nichts von diesem Zeug ist so toll wie die Mondstatue. Sucht weiter, Motten! Warum hast du ihr nicht einfach gegeben, was sie will, Eulett? Weil die Geschenkeule mir gehört. Okay, dann versuchen wir das hier! Super Katzen-Pempo! Na los, Motten! Wir haben noch nicht... Hä? Hey! Was ist hier los? Alle Türen sind geschlossen, Lunar Girl! Du sitzt in der Falle! Puste Kuchen! Mondbad! Nein! Nein! Garten Sie! Puh! Hahaha! Lunar Girl und ihre Motten sind entkommen! Aber sie haben alles zurückgelassen! Nur meine Verschenkeule nicht! Sie hat sie geklaut! Können wir nicht einfach so tun, als hättest du sie ihr geschenkt? Tun wir lieber nicht so. Sieht aus, als will Lunar Girl die Sachen nicht mehr! Warum will eigentlich niemand diese Katze haben? Bringen wir alles zurück zur Schule! Dann werden alle wieder glücklich sein! Außer mir! Meine Verschenkeule ist weg! Ich hole sie mir zurück! Es gibt hier eine Art Kraftfeld! Ich werde eure Hilfe brauchen, um meine Statue zu holen! Willst du sie nicht lieber doch verschenken? Lunar Girl hat sie mir geklaut! Sie hat sie nicht verdient! Okay, du lockst sie raus! Vielleicht kann ich da irgendwie reinkommen! Hey, Lunar Girl! Du störst mich! Ich bewundere gerade meine wunderschöne Mondstatue! Das ist eine Eulenstatue! Und du hast sie gestohlen! Nein, ich war mir sicher, du hast sie mir geschenkt! Niemals! Sie gehört mir! Aber sie passt besser zu mir! Ich sollte sie haben! Sag jetzt, sie gehört mir! Sag es! Okay! Super Gekko-Muskeln! Ah! Ringelndes Leptil! Was ist hier? Geekko! Ha! Echsen-Bubi, koste mal von meinem Gefrierkraftfeld! Niemand kommt in mein Mondlager rein! Und niemand nimmt mir meine Mondstatue weg, weil es... Meine ist! Meine! 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 Ha! Du wirst sie nicht mehr lange haben! Lunar Girl, du hast gewonnen! Die Statue gehört dir! Wir gehen! Ich wusste, dass du zur Vernunft kommen würdest! Was ist mit Geekko? Wir befreien ihn und holen meine Statue zurück! Du musst einfach die Feuerleiter runterrennen und dann über die Treppe innen wieder hoch! Um durch diese Tür rauszukommen! Wenn du meinst, dass es funktioniert? Los, Catboy! Jetzt! Es ist vorbei, Lunar Girl! Es ist vorbei, Lunar Girl! Catboy! Ich glaube, Echsen-Bubi und Mieze-Kätzchen hole ich mir auch in mein Mondlager! Aus ihnen werden tolle Statuen! Aber, aber, keine Freunde, Eulett! Möchtest du auch ein Mondlager-Möbelstück werden? Es ist Zeit, ein Held zu sein, glaube ich! Okay, dann gebe ich sie dir eben, Lunar Girl! Die Eulen-Äh-Mondstatue gehört dir! Aber du lässt Geekko und Catboy gehen! Gehört sie jetzt wirklich mir? Du meinst, für immer? Ja, für immer! Lässt du jetzt auch meine Freunde frei? Hm, nein! Nein? Aber... Was? Hast du vergessen, dass ich ein Schurke bin? Und jetzt vervollständige ich meine Pyjama-Helden-Statuen-Sammlung! Eulett! Eulett! Häh? Ah! Ah! Wir sind frei! Zum Eulengleiter! Nein! Meine Statue! Ich meine... Dass ich sie geklaut habe, tut mir leid. Es tut dir leid? Ja, ich habe sie einfach so lieb. Eulett, komm schon, du hattest recht. Sie hat sie geklaut und hat es zugegeben. Also gehen wir. Hm, eine Sekunde. Höchste Zeit, ein echter Held zu sein. Hier, ich habe gesagt, du kannst sie haben und diesmal meine ich es auch so. Wirklich? Echt jetzt? Ja. Jemand hat sie mir geschenkt und jetzt schenke ich sie dir. Und weißt du was? Es fühlt sich gut an. Du musst mir nur versprechen, sie eines Tages auch zu verschenken, okay? Äh, okay. Kommt schon, Matten. Das war echt nett von dir, Eulett. Naja, ich weiß nicht, ob sie sie verschenken wird. Dass sie jetzt glücklich ist, hat mich auch glücklich gemacht. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Vielen Dank, Amaya. Auch wenn es weniger ein Bring und Zeige, als ein Bring und Schenk war. Danke, Amaya. Also schenken macht total glücklich. Und es macht sie so glücklich, dass sie damit nicht mehr aufhören kann. Stimmt's, Amaya? Ja. Wer möchte einen Laster? Oder eine Pfeife? Oh, was habe ich denn noch? Ein niedliches Nielpferd, Elefant, Walkie-Talkie, eine Zeitschrift über Eulen. Oh, ein T-Shirt mit einem niedlichen Händchen drauf. Ein pinkfarbener Toaster, eine Tasse, eine Untertasse, ein blau-schirrchen. Oh, ein Tragen Zeitschrift. Bis zum nächsten Mal.